Liebe ist, wenn man sich dazu bereit erklärt, dem anderen beim Zerfallsprozess zuzuschauen. Ich glaube, Liebe ist zum Beispiel auch gemeinsam fett werden. Wenn man sich so nach drei, vier Jahren Beziehung morgens anschaut im Bett und sich denkt, ja, also ich will gar nicht mit jemand anderem zusammen sein und du kannst gar nicht mit jemand anderem zusammen sein.